Hallo und willkommen zu der Serie Bouquet, Koran und Wissenschaft, wo ich mich mit einer Broschüre beschäftige, genannt Bibel, Koran und Wissenschaft, von einem französischen Ars, Maurice Bouquet. Was ich mache, ist die Behauptungen aus der Broschüre zu nehmen und diese dann mit der Realität zu vergleichen. Nicht, um einen der Götter zu demontieren, sondern die Behauptungen eines unehrlichen Menschen zu untersuchen. Mir geht es darum, die Realität darzustellen, die Wahrheit, damit andere einfach nur mal nachdenken, weil mir Wahrheit wichtig ist und ich stur darauf beharre. Und dazu brauche ich keinen Hass, keine Hetze, keine Zensur und vor allem keine Gewalt. Wenn ich jetzt auf die Serie zurückblicke, dann sehe ich, dass ich diese teilweise ungeheuerlichen und gänzlich unbelegten Behauptungen auf den Seiten bisher her samt und sonders widerlegt habe. Und was wir berücksichtigen müssen, ist, dass mittlerweile viele Koranübersetzungen, gerade in Deutschland, ich weiß nicht warum, aber gerade hier an die Bouquet-Tricksereien angepasst worden sind und die Leser mit falschen Aussagen betrügen. Daher empfehle ich, immer die älteren Übersetzungen zu nehmen und diese dann durch alte Wort-für-Wort-Sechste oder Analysen zu verifizieren. Und nur für den Fall, hier ist die Definition von Wikipedia. Wenn ich jetzt auf diese Broschüre zurückgehe, dann sehe ich hier auf Seite 28 einen Satz, der mal ausnahmsweise richtig ist. Viele unglaubliche Beschreibungen im Koran. Denn viele der Beschreibungen im Koran sind in der Tat unglaublich. Und wenn wir dann zur Seite 29 wechseln, dann ändert sich dieses Verhalten aber schlagartig. Denn da steht tatsächlich, es gibt detaillierte Beschreibungen. Wenn es aber detaillierte Beschreibungen im Koran gibt, warum rätseln denn dann alle eingeschlossenen Islamgelehrte, was denn da tatsächlich steht? Und warum hat da fast jeder eine andere Meinung zu? Bouquet stellt jetzt die Frage, ohne sich zu schämen übrigens, wie denn Mohammed nur das weitergegeben hat, was auch stimmt. Hat denn Mohammed das getan? War Mohammed ein Filter, der, wenn er Blödsinn von seinem Gott erfahren hat, diesen Blödsinn dann rausgefiltert und nur das weitergegeben hat, was richtig war? Ist daher das, was im Koran steht, auch nur annähernd korrekt? Na, dann sehen wir doch mal nach. Wir sehen uns mal die Behauptungen an, die wir so finden, und vergleichen sie dann mit der Realität. Die Behauptungen, Aussagen oder Beschreibungen, die sich im Koran auf die Natur beziehen, können ja durch diverse Wissenschaftsbereiche verifiziert werden. Und da stellt es sich raus, dass es keine mir bekannten Behauptungen, Aussagen und Beschreibungen gibt, die auch nur annähernd stimmen. Und das ist die Realität. Und hier geht es um Wasser und den Wasserzyklus. Besser bekannt als Wasserkreislauf. Das Prinzip wurde bereits, ja wie sollte es auch anders sein, von den Griechen in der Antike beschrieben. Die Erde bleibt, aber die Feuchtigkeit, die sie umgibt, verdunstet und so weiter. Und hier sieht man Verlustung, Sonnenstrahlen, Hitze, Empfuhrsteig, Kühlen und so weiter. Das sind also alles Faktoren, die wir heute wiederfinden. Nur konnte es mit den damaligen Mitteln und Instrumenten nicht belegt werden. Die Verfasser des Korans wären also ohne weiteres in der Lage gewesen, etwas zu schreiben, was wahr ist und der Realität entspricht. Es wurde aber stattdessen der Fehler der Bibel kopiert. Nämlich alles, was da steht, ist, naja, ein Gott, der es regnen lässt. Dabei ist es doch ziemlich einfach, Verdunstung, Kondensation, Niederschlag. Ich habe mal eine Liste zusammengestellt, was Bükei ja irgendwie versäumt hat. Mit allen Sätzen im Koran über diesen Wasserkreislauf. Auch wenn sie etwas vage dann wären. Ja, ne? Weil Bükei schreibt ja, er habe sich mit spezieller Aufmerksamkeit den Versen gewidmet, die über den Wasserzyklus in der Natur sprechen. Und hier ist jetzt die komplette Liste. Ne, mehr kommt da nicht. Also ist auch diese Behauptung falsch. Es gibt nichts im Koran, was auch nur annähernd etwas mit einem Wasserkreislauf zu tun haben könnte. Ja, kann ich ja nichts dafür. Und wie wir ja vor wenigen Minuten gesehen haben, ist eine Behauptung, dass vorangegangene Ideen dazu, wie er sagt, die zu der damaligen Zeit herrschten, welche den Anschein haben, als seien sie eher auf Mythen und philosophische Spekulationen aufgebaut, als auf observierten Fakten. Dass diese Behauptung entweder bewusst gelogen ist oder auf sträflicher Ignoranz basiert. Und jede, noch so oberflächliche Recherche hätte unweigerlich zu den Ideen der Griechen geführt. Stattdessen zitiert er einen Satz aus dem Koran, der lediglich die übliche Lobhudelei des Gottes beinhaltet, der es regnen lässt, indem er Wasser vom Himmel runterschickt. Der extrem gequälte Versuch, hier doch noch etwas wissenschaftlich Klingendes da hinein zu zaubern, der ist missglückt kläglich, sobald man sich den Quelltext ansieht, wo das Wort Janabia einfach nur Wasserquelle heißt. Kreationismus pur, wo absolut alles durch einen Gott hergestellt und gelenkt wird. Mehr ist er doch nicht. Der Rest des Satzes wird weggelassen, wohl weil Gewächs, lediglich in verschiedenen Farben, das zerbrochen wird, naja, wohl kaum eine Mahnung, sondern einfach nur lächerlich ist. Und nein, es erscheint uns keineswegs natürlich, was im Koran steht, weil es falsch ist. Wird Verdunstung erwähnt? Nein. Wird Kondensation erwähnt? Nein. Werden hier Wolken erwähnt? Nein. Wird hier Wind erwähnt? Der Effekt der Sonneneinstrahlung oder Luftdrücke? Nein. Wird der Niederschlag als solches erwähnt? Nein. Nur, dass ein übernatürliches, undefiniertes Etwas, Wasser von etwas genannt Himmel, runterschickt. Mehr steht da nicht. Wir verstehen doch den Wasserkreislauf ganz gut. Und das nicht nur seit dem 16. Jahrhundert. Daher erkennen wir auf Anhieb, dass Bükei lügt. Da es keinerlei Übereinstimmung zwischen der Schilderung im Koran und der Realität gibt. Und trotzdem gibt es gutgläubige Menschen, die wirklich glauben, hier etwas Sensationelles zu finden. Gut, jetzt verlassen wir nur das Wasser und sehen mal nach, ob Berge schon eher einem höchst genauen Grad an Übereinstimmung zwischen Koran und Realität entsprechen. Tut mir leid, dass ich das hier jetzt so brutal sagen muss. Bükei demonstriert hier auf ein Neues seine bemerkenswerte Ignoranz. Wenige Minuten Recherche hätten das verhindern können. Nur könnte sich das ja auf den Inhalt dieser Broschüre auswirken. Denn dann wäre da ja etwas Integrität vorhanden, was dann aber nicht mehr dem Inhalt des Korans entspricht. Ja, ich gebe zu, es ist eine Zwickmühle. Bükei beschränkt sich hier nur auf eine Art, wie sich Berge formen können, nämlich die Faltung. Die anderen wie Vulkanen driften, und das sind glaube ich vier oder fünf verschiedene Arten, die lässt er einfach unter den Tisch fallen. Stattdessen zitiert er so Wischiwaschi-Sätze mit einer Erde als Lager. Und dann kommt der Hammer. Berge sind wie Pflöcke, die keine Uneinstimmigkeiten mit modernem Wissen darstellen. Wie wird er? Die Beschreibung der Berge sind nach dem unwiderlegbaren mathematischen Fehler bei der Erbschaftsverteilung der zweitgrößte, nicht zu widerlegende Fehler im Koran. Vollkommen falsch. Also nur mal so, dies ist ein Pflok. Und ein Pflok wird immer von oben in die Erde getrieben. Immer. Pflöcke wachsen nie aus der Erde raus nach oben. Und bei Bergen ist es genau umgekehrt. Die werden nie, niemals von oben in die Erde getrieben, sondern wachsen immer, jedes Mal ohne Ausnahme, aus der Erde heraus nach oben. Immer. Nie anders. Es gibt keinen Berg jemals, der irgendwie vom Himmel gefallen ist und dann in die Erde reingehämmert wurde. Aber im Koran, da steht doch genau das. Immer. Dass Berge auf die Erde aufgesetzt wurden und wie Pflöcke in die Erde gesetzt wurden. Von oben. Völlig und vollkommen falsch. Zumal die Pflöcke noch dazu zu 90% unter der Erde sind. Und der zweite Fehler ist, dass dies in der Vergangenheitsform, der abgeschlossenen Vergangenheit beschrieben wird. Aber Berge entstehen und oder wachsen heute noch. Und der dritte Fehler ist die Aussage an mehreren Stellen im Koran, dass nämlich Berge angeblich ein Wanken der Erdoberfläche verhindern. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie ja immer wieder in Norditalien oder Chile bewiesen wird, wo ständig größere Erdbeben passieren, eben genau am Rande von den Bergen. Aber Islamogäten zitieren immer wieder Geologen wie Frank Priest oder Carieux, die das Wort Bergwurzel verwenden. Nur, das Wort findet sich überhaupt nicht im Koran. Die ständig wiederkehrenden Diagramme, die wir dann dauernd wieder vorgesetzt bekommen, die haben keinerlei Bezug zum Koran. Und die sollen nur Verwirrung stiften. Alles, was wir im Koran haben, ist die Idee einer ausgebreiteten Erde, auf der Berge aufgesetzt wurden, so wie Steine auf einem Teppich, um diesen zu stabilisieren. Und dazu kommen diverse Gedichte, die diesen Inhalt damals verbreitet haben. Und diese wiederum wurden beeinflusst durch die Veden, die genau dieses Konzept darstellen. Und die Verfasser des Korans haben diese fehlerhaften Darstellungen mangels besseren Wissens einfach kopiert. Es ist frappierend, wenn man diese Sätze aus dem Hinduismus sieht, die fast Wort für Wort kopiert wurden. Anstatt einfach die Griechen zu nehmen, die wesentlich näher dran waren an der Realität. Und wer möchte, kann ja weiter recherchieren und im Koran noch hunderte weitere fehlerhafte Darstellungen im Bereich der Geologie finden. Okay, soweit zum Thema Geologie im Koran und der Fantasie eines gewissenlosen und unehrlichen Arztes aus Frankreich, eines Maurice Bükei. Und im nächsten Video widme ich den Behauptungen und Verdrehungen dem Bükeiismus in der Biologie. Wie immer, Vorschläge, Korrekturen und Kommentare sind gerne gesehen. Bis zum nächsten Video mit Maurice Bükei. Ciao, for now! Bis zum nächsten Video.